Ihre Waschmaschine muss ich leider mitnehmen. Wegen der Kalk. Haben Sie kein Wasserentheater genommen? Ja schon, aber an Willigen. Jetzt steht die Küche unter Wasser und die Waschmaschine bin ich auch los. Guckst du, Kalk setzt sich unter Hertha-Wäschmaschine ab. Macht zwar nichts aus, aber wir nehmen trotzdem die. Mit anderen Wasserentheater Schlauch sieht so aus. Und mit unseren Wasserentheater sieht auch so aus. Also, kaufst du unsere Wasserentheater. Wird schon nichts schlimmer, verstehst du? Mikrowelle muss ich auch mitnehmen. Ja, Moment mal. Wegen Kalk. Hertha müssen wir auch mitnehmen. Wegen der Kalk. Kaufst du unsere Wasserentheater. Braucht man nicht vorbeikommen. Verstehst du, wie ich meine? Unsere Wasserentheater. Qualität von Schenke. Zurückagnet. DrK drauf mitnehmen. Vielen Dank.